Also vom Typ her bin ich ja nicht so der Typ. Also dieser klassische Typ jetzt. Stimmt, du bist mehr so der klassische Untyp. Was ist denn nun, Typ? Na sowas wie du. Hä? Ich bin doch voll der Untyp. Nein. Ich lage dir jetzt ein Spiel vor. Wir fangen beide bei drei an zu schweigen. Und derjenige, der zuerst wieder anfängt zu reden, der hat verloren. Aber das halte ich für keine gute Idee, weil ich kann mal wirklich ganz neutral betrachten, und da total im Nachteil bin. Also wirklich jetzt mal ganz klar im Nachteil. Eins. Das ist die Mimose. Was? Ja, ich bin die Mimose. Ich wollte fragen, ob du mich vielleicht mal auf einen Kaffee einladen möchtest. Oh, wie schön. Was ist denn daran schön? Das ist für eine neue Glück. Was denkst du denn? Ich versuche an gar nichts zu denken, aber das ist bei mir gar nicht so einfach. Das ist Randy, Randy die Düse. Haben Sie Schmerzen? Nö. Das war ja schlechter als Schülertheater der Klasse. Wow! Nein. Guck mal, du bist eine Frau. Und ich bin keine Frau, also ich bin ein Mann. Ja, und das ist der Grund, weshalb wir beide gut zusammenpassen. Na, das ist doch schon mal eine Basis. Wollen wir ein bisschen durch die Gegend laufen? Aber das ist kein Film hier. Das ist die Realität. Und wie funktioniert die Realität? Sorry, sorry, sorry.